Ja, hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Alan Wake Part mit mir, dem Stabo. Yo. Und wir wollten zum See gehen, ja? Ich erinnere mich. Selbstverständlich haben schon massig Gegner niedergemetzelt mit unserer wunderschönen Taschenlampe. Obwohl das ja keine Taschenlampe, sondern ein, keine Ahnung, Lichtstrahler, aber so nennen wir es. Eine Rutschpartie, da will ich auch lang. Oder auch nicht. Wir wollen da lang. Oh, müssen wir gar kein Auto mehr fahren? Ja, da bist du wieder weg, ne? Da bist du ganz schnell wieder weg, Freundchen. Ich dachte wohl, er könnte mich erschrecken, aber nicht mit mir. Da vorne sah ich den Mirror Peak. Dort war der Cauldron Lake. Was war denn noch der Mirror's Peak? War das nicht? Der Berg? Hier, da. Oder? Ich glaube doch. Ich bin mir zwar nicht sicher, aber... Ich glaube es. Ja! Das sieht spaßig aus. Los, Alan, rein da. Wir müssen da rauf. Los, los, los. Hopsa. Das wird spaß machen. Das wird spaß machen. Hui! Er ist noch recht langsam. Und das war's? Schneller wird's nicht? Ich bin enttäuscht. Hier, für die Rahmen. Ah, gut. Ich hab in meinen Wagen reingeschossen. Wow, wow. Das war's? Oh, oh. Stellt das hier jetzt komplett ein? Ah, nee. Aber das war ja langweilig. Ich dachte, das geht jetzt richtig ab. Aber nein. So was gibt's nur in der Metro. Da könnte ich ja euch nochmal hinlotsen zu meinem... ersten Let's Play. Metro Last Light. Nee, gar nicht. War nicht Last Light. Nur Metro. Ein wunderbares Spiel. Mit Achterbahn-Effekt. Das hat gereicht? Ja, kommt, haut ab. Putschi, putschi, puh. Und wechseln sie. Ich habe das Rudel zerstört. Achso, ja. Mauskling wieder. Natürlich, natürlich. Ja. Und sonst so? Geht's euch gut? Schönes Wetter heute, oder? Ja. Muss man ja sagen, ne? Und noch mehr Rams. Jetzt haut doch mal ab. Hier. Kusch, kusch. Schnell weg. Kommen sie. Kusch, kusch. Oh, KfG. Oh, oh. Da kommen sie. Da kommen sie. Da kommen sie. Da kommen sie. Ja. Nicht mit mir, ihr Kackraben. Oh. Ja, klar. Die Raben können durch den Boden durchfliegen. Kann ich auch. Ah. Aua. Haut ihr jetzt hier ab? Meine Güte. Die wollen es aber heute wissen, die Raben. Na, ich höre sie schon wieder. Ich höre, ich sehe euch auch hier. Haut ab. Am siebten Sinn dafür. Oh. Aber für euch nicht. Au. Voll gegengesprungen. Ja, jetzt. Waren da ein paar mehr Gegner? Oh, oh. Oh. Hau ab von mir. Blöde. Arsch. Kacke Wurst. Ich gehe jetzt einfach rein und komme nicht mehr raus. So. Ich höre Schritte. Hier kommt auch gleich einer. Gleich wieder um die Ecke. Und dann kommt er doch nicht. Und dann kommt er doch an einer ganz anderen Stelle. so, dass ich mich wieder erschrecke. Gott. Aber nein. Ich bleibe ganz ruhig. Und gelassen. Und in Frieden. Die Welt ist schön. Und warm. Und mehr kann ich nicht mitnehmen. Ach nein. Nicht wieder durch den Wald. Ich hasse Wälder langsam. Ich gehe nie wieder irgendwie in die Natur. Ich habe Angst vor Schatten. Mein Zimmer ist immer heftig beleuchtet. Bis dem geht nicht mehr. Sing. Aua. Jetzt hat die Nase weh. Mist. Mist ist ein gutes Wort. Oh. Ha. Die Granate hat ihn voll getroffen. Wie man sehen konnte. Aber jetzt haben wir keine Granaten mehr. Nun gut. Das ist dann halt so. Und da hinten leuchtet irgendwas. Wir rennen einfach mal hin. Und hoffen, dass da keine Bärenfalle ist. Ratte. Warte. Ich bin doch. Du blödes Arsch. Einfach ab. Warte. Ich muss nachladen. Ich habe gesagt warten. Die sind so unhöflich, diese Schatten. Ist ja der Wahnsinn. Ah, nein. Verkackt. Jetzt aber. Jetzt aber. Ja, wunderschön. So schönes Licht. Oh. Munition, Munition, Munition. Batterien. Alles, was das Herz begehrt. Und eine Schiffsschraube. Wo kommt die scheiß Schiffsschraube her? Gut. Bessere Frage. Wo ist das Schiff? Alter, Schwede. Lasst mich in Frieden. Los. Hau ab, du Schatten. Jetzt lade ich erstmal komplett nach. Oh, noch so ein Runner. Ja, da läufst du wieder weg, ne? Blödes Arsch. Aber das tue ich auch. Oh, komm Kinder. Ich weiß grad echt nicht, wo lang. Ich hab einfach grad nur Angst. Und da ist ein Schiff wieder. Oh, wir müssen da hoch. Na, klasse. Da sind sie alle. Da sind sie alle. Ich hoffe, Alan kann bald wieder rennen. Gott sei Dank. Oh, wir haben doch noch eine brauchbare Waffe. Was explodiert denn da? Habt ihr das gesehen, wie knapp das war? Holy moly. Bam, bam. Scheiße. Oh, wir haben's geschafft. Das war aber richtig Speedrun, Kinder. Oh, mein armes Herz. So. Wie lange haben wir jetzt schon aufgenommen? Ah, acht Minuten. Das geht ja. So, ich wechsle mal lieber wieder die Waffe und lade nach. Komm jetzt. Wir sollen da hoch. Ja, geh' ich einfach hier lang. Lass mich ran. Da kommen wieder Gegner rausgehüpft und sagen, hallo. Oh, ne. Aha. Fliegende Autos. Bald im Kino. Fliegende Schiffe. Zweiter Teil. Dritter Teil. Fliegende Schiffschrauben. Ja. Das ist der Nachfolger vom dritten Teil Riesenschiffe im Anflug. Klasse Filme. Die müsst ihr euch mal wirklich angucken. Wo sind wir? Ich hab' zwar einen Kontrollpunkt erreicht, aber ich weiß nicht, wo wir sind. Oder, Kinder, kommt euch das bekannt vor? Stealth in the Darkness, blablabla. Ja, das haben wir schon mal gelesen. Oh, warte. Da ist ne Kiste. Ne, Kiste. Hä? Ach da. Daneben. Da bin ich mal gespannt, was da bloß drin ist. Drei Leuchtfolgen. Blendgranaten. Blendgranaten. Das kann nur heißen, dass es gleich wieder böse endet. Ich hab' jetzt schon voll das Herz flimmern. Ich will nicht mehr. Ach, hier müssen wir lang. Gut, wir schauen uns erstmal hier um, ja? Da leuchtet was. Damit erzeugen wir Strom, um das da irgendwas in Gang zu bringen. Ja, das ist ein guter Plan. Hoffe ich. Ich hab' wie immer keine Ahnung, aber es wird schon schief gehen. So, was haben wir denn hier? Ein Generator auf jeden Fall. Damit haben wir... Ich hör' grad' ne Säge. Eine miese Gemeine. Hau doch ab. Hau doch bloß ab. Ich hab' genug Leuchtpistolen-Munition für euch alle. Ich seh' zwar nichts mehr, aber... Mist, der lebt noch. Okay, da ist ein anderer Penner. Oh, den... Okay. Und tschüss. Und tschüss. Ich bin weg. Ah, jetzt kommen wir aber richtig gut davon, oder? Muss man schon sagen, also, ne? Das kriegen wir doch gut hin. Warum geht eigentlich überall, wo ich hingehe, das Licht kaputt? Warum fahr' ich wieder nach unten? Weil ich zu doof bin? Weil ich unfähig bin? Oder C? Es ist alles Allen schuld. Ich bin für C. Und jetzt nochmal. Weil's so schön war. Mir fehlt die Fahrstuhlmusik. Das wär' viel angenehmer, schöner, toller. Ja. Ja, ja. Die Luft ist rein. Die Luft ist so rein. Wo soll ich denn jetzt hier... Ah, beim Manuskript, natürlich. Wie hätte es denn auch anders sein können? Die Waffe lade ich auch nochmal nach. Denn diese Gegend sieht auch nicht so wirklich berauschend aus. So, von mir aus kann's losgehen. Langsam kann ich meine... Frau nicht mehr leiden. Aua, warum wirft ihr mir immer... Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh, hallo. Hier steht ja einer. Aua, du blödes... Diese Fässer immer, ne? Die haben auch nichts Besseres zu tun, als gegen meine Köpfe. Meine Köpfe auch noch. Mein Kopf zu fliegen. Aber dagegen hab' ich ne Idee. So ne relativ gute Idee. Ich lade nach. Erstmal. Ja, ja, geh du mal kaputt. Die lade ich auch nach. Und jetzt nehm' ich mir... Ähm... Ja. Hier. Die Leuchtpistole. Ein Ziel gleich da, wo alles hinfliegt. Volles mit drauf. So. Weil da kommt jetzt ein Gegner. Und ganz viele Barrels. Aua. Hört doch mal auf. Blöde Kuh. Ja, voll erwischt. Und jetzt nur noch der eine da, oder? Glaube ich doch. Ja, komm her. Raus. Sicher. E... Ein Schuss. Ja. Ah, da... Diesmal lief es doch viel, viel besser. So. Jetzt musste ich nur noch dieses blöde Schiff... Ja, komm. Lade ich nach. Aua. Was denkt ihr euch hier? Blendengranate und ich bin weg. Ich hab's drauf. Und hinter uns kommt einer. Aber es sind ein paar mehr da. Wie wir sehen. So, dann lade ich mal ganz gemütlich nach. Wechsel mal auf unsere Leuchtfackellen. Mann, ich hab doch gerade erst nachgeladen. Dann kommt ihr blöden Penner. Ich verbrauch hier wieder mein Licht. So, jetzt hau aber ab. Jetzt, Kusch. Ja, jetzt reicht's mir. Hier. Das ist der Wahnsinn, dieses Schiff. Der Hammer. Das war das Schiff, der... Niemals. Das war das Schiff der Dunkelheit. Alter, die Oma hat doch einer in der Klatsche. Was hat sie überhaupt... Aua. Mit ihren... Stahlbahnen. Stahlbahnen. Ja. Glaube ich doch. So, guck mal hier. Oha, guck mal hier. Alice hat uns nicht geliebt. Alice hat uns nicht geliebt. Ah! Ich verachte sie. Und ihren blöden Wirbelsturm. Aber gegen uns hat sie keine Chance. Das wisst ihr genauso gut wie ich. Oder wir haben keine Chance gegen sie. Ich weiß es noch nicht. Aber wir werden schon dahinter kommen. Guck mal, wir sind gleich da. Oh, fuck. Und weiter. Einfach weitergehen. Einfach lächeln und winken. Ach, da geht's ja runter. Ja. In der Zeit kann ich gucken, wie lange wir spielen. Ach, 17 Minuten. Null Problem. Demo. Ach ja, der Kühlschrank war auch noch böse. So, wo geht's darunter? Da. Keine Chance. Ja, natürlich habe ich eine Chance. Guck, habs. Ist ja richtig Action hier. Leicht bisschen Munizieren haben wir genug. Ja, dann schießen wir mal ein paar Dinger hier ab. Warte. 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 Ach, da in der Mitte schwebt sie sogar. Bringt das was? Ich bin mir nicht sicher, ob das was bringt. Versuch einfach näher ranzukommen. Okay, ab den beiden kann man immer springen. Oh, wie versagen. Du wirst versagen, du blöde Bitch. Es ist in ihrem Kopf. Was, du bist in meinem Kopf? Niemals. Sie bilden sich das ein. Was, du bist in meinem Kopf. Warte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Alles ist gut Alles ist gut Es gibt kein Licht Komm wieder ins Bett Und ich lasse dich deine Furcht vor der Dunkelheit vergessen Meine Furcht? Das ist deine Furcht Warum hast du keine Angst? Du bist nicht Alice Mach sofort das Licht an Mach mich selber an Äh, der Klicker müsste in der Stube liegen Erinn, du machst mir Angst Komm wieder ins Bett Hast du deine Tabletten genommen? Ja, ja Soll ich Dr. Hartman anrufen? Hartman? Niemals Da auf dem Sofa Da ist der Klicker Steht sogar da Wieder ins Bett Aua Ah, du Blüte Aua Jetzt haben wir den Klicker Sie müssen den Weg zur Hilfe finden Es stellt sich ihnen in den Weg Es lässt sie nicht vorbei Es hat kein Herz Es ist voller Dunkelheit Sie müssen sein Herz mit Licht füllen Das ist Mr. Scratch Warten Sie nicht Ihre Freunde treffen ihn, wenn sie fort sind Drücken Sie den Klicker Wir sollen den Klicker drücken, Kinder Aber wo ist er? Was steht da? Telefonmast Thermoskanne Ah, Kaffee Gut, Vogel mache ich nicht Hä? Niemals Fast auch nicht Telefon, Telefon Ah, komm, Telefon mag ich Ein Telefon Komm, da gehen wir ran Hallo Kiste ist auch böse Was steht da? Einkaufswagen Auch nicht Telefonmast Weg Weg klingt gut Das hat uns das Telefon auch gesagt Na, siehe da Dann fragen wir nochmal nach dem Beim Telefon Ja, Dr. Hartman Nein, was soll das? Du kannst Du liebst mich nicht Wie könntest du auch, wenn du dich nicht mehr selbst liebst? Das Einzige, was du tust, ist, dich mit einem anderen zu drehen, den du nicht mehr schaffst Nein, ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt Du bist meine Muse Nein Wer bist du? Was hast du mit Alice gemacht? Alan? Was machst du da? Schalt das Licht wieder an Was hast du vor, Alan? Halt! Schalt das Licht wieder an! Es war nicht echt Nichts dergleichen war je passiert Du bist nicht Barbara Tom, lass mich fehlen Ich verspreche, ich bin auch artig Bitte bünde mich los, du böser Junge Ich werde dir dabei helfen, dein Meisterwerk zu schweigen Ich werde dich bis in alle Ewigkeiten leben Niemals Nein Du bist nicht Barbara Jagger Ich habe einen Fehler gemacht Ich hätte deine Rückkehr nicht schreiben sollen Du bist falsch zurückgekommen Dein Herz ist voller Dunkelheit Leg das Messer weg, Thomas Leg es hin Nein Dein Herz ist voller Dunkelheit Ich schneide es raus und bring dich in die Tiefe zurück, aus der du kommst Alter Okay, das klingelt nochmal Gehen wir nochmal ran Ich machte die Hütte real Die Hütte, die Hütte Birdlag-Hütte Das ist der Wahnsinn hier Die Hütte Weg von mir, alte Hexe Wo bin ich? Ich will weg Alice? Alice, ich komme Ihr Mann hat sich geweigert, den Befehlen zu folgen Jetzt kriegen sie sie nie wieder zurück Ich bin viel älter als sie Älter als ihr erstes Kunstwerk Ich finde ein neues Gesicht Jemand anderes, der mich in die Freiheit träumt Ich bin ein neues Gesicht Ich werde mich in die Freiheit Ich werde mich in die Freiheit Ich werde mich in die Freiheit Ich konnte Alice Gegenwart spüren, ganz in der Nähe. Ich verstand, was ich nun tun musste, wie ich das Ende für Departure schreiben musste. Es gibt Licht und Dunkelheit, Ursache und Wirkung. Es gibt Schuld und Sühne. Aber Alice muss im Gleichgewicht sein und hat seinen Preis. Da hatte Zane sich geirrt. Es gibt eine lange Reise durch die Nacht, zurück ins Licht. Alice? 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Alan? 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 Alan?